Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, sorgt AustroKontroll für einen sicheren, pünktlichen und umweltschonenden Flugverkehr. Fluglotsinnen und Fluglotsen der Überflugskontrollzentrale im dritten Bezirk und in den Flugsicherungsstellen an allen österreichischen Verkehrsflughäfen führen die Flugzeuge sicher und effizient durch den österreichischen Luftraum. Die An- und Abflugkontrolle ist das Bindeglied zwischen dem Überflugsbereich und dem Tower. Sie führt die Maschinen aus dem oberen Luftraum in den Nahbereich des Flughafens. Dort wird eine Anflugsequenz erstellt. Wir hier bei der An- und Abflugkontrollstelle Wien sind für einen Bereich zuständig, der etwa der Größe Niederösterreichs entspricht, bis in eine Flughöhe von etwas mehr als 7000 Metern. Wir sind einerseits eben zuständig für die Ankünfte, die aus den verschiedenen Himmelsrichtungen hier im Nahbereich des Flughafens eintreffen. Wir haben sie zu übernehmen und perlenschnurartig vor der Landepiste aufzureihen und dann einerseits unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstände, aber so effizient wie möglich letztlich dann an die Kolleginnen und Kollegen vom Tower zu übergeben haben. Umgekehrt, die Abflüge, die hier am Flughafen starten, werden kurz nach dem Abheben von den Kolleginnen und Kollegen der Tower-Flugplatzkontrollstelle an uns übergeben. Wir übernehmen sie und versuchen sie ebenso wieder so effizient wie möglich in den oberen Luftraum einzugliedern. Wenn dies unter Einhaltung der geforderten Sicherheitsabstände erledigt ist, übergeben wir diese Flüge an die Kolleginnen und Kollegen der Überflugskontrollstelle. Untertitelung des ZDF, 2020